Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher? Diese Frage mit Ja zu beantworten, fällt vielen Deutschen nach den Gewalttaten von München, Würzburg, Reutlingen und Ansbach zunehmend schwerer. In Zeiten wie diesen wird jede Landtagswahl auch zu einer Abstimmung über die Katastrophenpolitik Angela Merkels. Und jede Stimme für die NPD ist deutlicher Ausdruck des Protests gegen eine Willkommenskultur und eine Politik der offenen Grenzen, die auch Schwerstkriminelle und Terroristen mit offenen Armen empfängt. Am 4. September haben es die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern in der Hand, dieser Politik die rote Karte zu zeigen. Nutzen Sie diese Chance und sagen Sie Stopp! Stopp zu sozialer Ungerechtigkeit, Masseneinwanderung, fortwährendem Asylmissbrauch und der Gefährdung der inneren Sicherheit durch importierte Gewalt und Terrorismus. Auch wenn Sie nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, haben Sie die Möglichkeit uns zu unterstützen. Entweder durch Ihre tatkräftige Mithilfe im Wahlkampf oder durch eine Spende, mit der etwa weitere Großplakate finanziert werden können. Jeder kann mitmachen und seinen Teil für ein besseres, ein sozial gerechtes, souveränes und vor allem sicheres Deutschland beitragen. Die NPD und ihr Spitzenkandidat Udo Pastörs setzen sich im Landtag schon seit zehn Jahren konsequent für deutsche Interessen ein. Wie war die Präsenz der NPD im Parlament notwendiger als heute? Jetzt geht es um alles. Wenn Sie keinen Kuschelkurs, sondern einen grundlegenden Politikwechsel wollen, dann geht das nur mit uns. Darum keine halben Sachen mehr. Am 4. September NPD wählen.